Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe euch letztens diesen Experimentierkasten vorgestellt von Greg und da werde ich heute einen Versuch raus machen. Ich hatte letztes Mal gefragt, welchen Versuch ich machen soll und da hatten einige geschrieben, ich soll was mit Gips machen und deswegen habe ich mir jetzt schon einen Versuch hier rausgesucht. Zombies im Schrank und da sind schon mal die ganzen Sachen, die man braucht. Die habe ich mir hier auch schon mal hingestellt. Und zwar ist das Knete, ein Messbecher, ein kleiner Messbecher, ein Holzspatel, Rührstäbchen, Gips, Pipette, außerdem zusätzlich Wasser, Joghurtbecher, Pinsel, rote Wasserfarbe und Nagellack. Ich habe jetzt das Wasser da noch nicht stehen, aber sonst alle anderen Sachen habe ich schon mal hier. Hier ist ein Joghurtbecher, hier sind diese kleinen Rührstäbchen und der Becher, der kleine Becher, Wasserfarbe und Pinsel. Hier ist die Knete, da hinten ist der Gips. Hier habe ich schon mal einen kleinen Nagellack. Und jetzt geht der Versuch los. Zombies im Schrank. Es geht mit der Knete los. Die knetet man erstmal ein bisschen und macht dann einen flachen Kuchen, wie das hier heißt und wickelt dann darin seinen Finger ein. Also einen Finger wickelt man dann hier in dieser Knetmasse ein. Ich mache das mal mit dem Zeigefinger hier. Das ist jetzt nicht mein ganzer Finger, sondern nur ein Teil vom Finger. Ich hoffe, das geht auch. Drücke die Knete zu einem platten Kuchen und wickele darin deinen Finger ein. Achte darauf, dass die Knete rundum gut am Finger anliegt. Ja, doch, habe ich das Gefühl, dass die ganz gut anliegt. Durch vorsichtiges Wackeln lockerst du anschließend die Knete und ziehst den Finger vorsichtig heraus. Pass auf, dass die Knete nicht reißt oder löchrig wird. Nun kannst du die Gussform für einen Gipsfinger verwenden. Oh, okay. Dann werde ich also gleich einen Gipsfinger machen. Ich wackele mal ein bisschen und wackele den Finger hier raus. Wackel, wackel, wackel. Und das ist jetzt die Form für meinen Gipsfinger. Die Form ist schon mal fertig, aber jetzt muss ich noch Gips anrühren. Dafür brauche ich den Joghurtbecher. Also man braucht hier auch einen Joghurtbecher. Dann Gips. Da steht, man soll einen großen Becher Gips und einen kleinen Becher Wasser kombinieren. Ich fülle jetzt gerade Gips in den großen Becher. So. Hier ist ja auch so eine Skala an der Seite. Aber es sind Milliliter. 50 Milliliter. Oh, jetzt habe ich ja schon viel mehr als 50. Ich dachte, der ganze Becher. Aber ich glaube, die haben da nur große Messbecher hingeschrieben, weil man das damit abmessen soll. Also gebe ich jetzt ein bisschen zurück in die Tüte. So, da ist die Maßskala und ich bin jetzt ungefähr bei der 50. Das gebe ich in meinen Joghurtbecher rein. Und jetzt soll ich mit dem kleinen Messbecher Wasser abmessen. Wasser brauchen wir 30 Milliliter. Ah, also einen kompletten vollen kleinen Becher. So, das kommt jetzt dazu. Und jetzt heißt es rühren. Man soll das so lange rühren, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Gleichmäßige, zähflüssige Masse. Und die werde ich dann gleich in meine Fingerform reingießen. Ja, gleichmäßig ist es jetzt, glaube ich, langsam. Sind keine Stückchen mehr mit drin. Und zähflüssig ist es auch. Die Fingerform soll man jetzt hier in den Becher reinmachen, damit die steht. Und hier oben gieße ich jetzt den Gips rein. Oh, schon voll. Und da soll ich jetzt einen von diesen Stäben reinmachen. Man soll jetzt ungefähr 5 Minuten das hier noch festhalten, bis die Gipsmasse so ein bisschen hart wird. Und wenn die dann leicht hart ist, dann soll man das an einen ruhigen Ort stellen und ungefähr eine Stunde lang trocknen lassen. So, das ist jetzt schon ein bisschen leicht hart geworden. Und das muss ich jetzt erst mal stehen lassen. Ich habe nochmal hier geschaut. Hier steht nach ein paar Stunden, also ich lasse es lieber nicht nur eine Stunde stehen, sondern noch ein bisschen länger. Und dann kann ich die Knete ablösen. Und darunter ist dann ein Finger, ein Zombie-Finger am Stiel, den ich noch mit Nagellack und mit roter Wasserfarbe verzieren kann. Das seht ihr dann in meinem nächsten Video. Wir müssen jetzt erst mal warten. Das war jetzt also Teil 1 vom Video und Teil 2 kommt ganz bald. Ich hoffe, euch hat das gefallen und schreibt gerne noch, ob ihr noch weitere Versuche aus dem Greg-Experimentierkasten sehen möchtet. Einfach alles unten reinschreiben und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch gespannt seid, ob das Ganze hier funktioniert, dann schreibt es auch in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!